So, jetzt ist, Freunde, ein wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ihr habt gestern bestimmt genauso wie ich den Kampf des Jahres gesehen. McGregor hat gestern gekämpft, muss ich sagen, und was da krass passiert ist. Das sehen wir uns jetzt nochmal an. Definitiv, glaube ich, schon ein krasser Kampf. Aber wie ihr hier natürlich hier seht, hat er sich den Fuß gebrochen, wie ihr jetzt da seht. Das ist richtig krass gewesen, muss ich sagen. Alle, die den Kampf gesehen haben, werden es bestimmt bestätigen. Das war schon ein richtiger Schade, dass in der Kampf dann unterbrechen wird. Ist klar, wenn natürlich sein Fuß bricht, ist es natürlich schwierig weiter zu kämpfen. Und da habe ich jetzt nicht gedacht, dass sowas eben halt so krass reingeht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr jetzt dazu sagt. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der krasseste Aufreger überhaupt, dass du in Slowbro zu sehen gehabt oder das zu sehen, das war schon echt heftig krass, muss ich mal sagen. Also an dieser Stelle würde ich sagen, alles Gute, McGregor, dass er sich natürlich da wieder fängt. Vielleicht kann man den Kampf dann nochmal ansetzen. Ich weiß es halt nicht. Aber wäre natürlich ein bisschen schade, wenn so ein Kampf dann wegen sowas eben halt so gewertet wird. Ihr könnt jetzt mal reinschreiben, was ihr natürlich sagt. Diesen Kanal natürlich abonnieren. Dass ihr natürlich auch alle Infos zum Kampfsport natürlich bekommt, Freunde. Wir wünschen euch einen Sonntag. Bis dann.